Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Borderlands 2. Wir werden heute mal eine weitere Copyright-Digger-Mission machen, weil das beim letzten Mal so gut funktioniert hat. Oh, versteckst du dich da oben. Ich seh dich. Gut, ja, und zwar werden wir uns heute um... Verdammt, was wollten wir noch mal machen? Ah, vergessen. Äh, die Halloween. Die, das Halloween-Ding, genau. Äh, Hello, Bild, Hallo müssen wir da machen, genau. Da werden dir auch TK Bacher begegnen, den euren Zombie. Genau. Es wird gruselig. Soll ich die Kürbisse müssen mal kaputschießen. Ich aber kein Plan, wo die Dinger überall sind. Ich auch nicht. Bleib mal eben stehen. Bleib mal stehen, haut nicht ab. Guck mal, guck mal da, guck mal da hinter einer Mauer. Auf, nicht ab, hier, ich schmeiß euch da was hin. Guck mal, guck mal rechts von der Mauer, siehst du diesen dunklen Kürbis da? Das sind die. Bei welcher Mauer? Da, siehst du diesen dunklen, da, guck. Warte mal, ich schieße mal drauf, da. Da, 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 guck. Da, 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 guck. Na, ich hab grad ja keinen Schauschützchen dabei, oder doch? SMG? Ja, brauchst du eigentlich gar nicht. Schrot. Der mal, da wirst du bestimmt auch noch mal. Die kriegst du auch so, die kriegst du auch so. Geh mir einfach mal zum lieben alten TK Baha, welcher überhaupt nicht im ersten Teil gestorben ist. Warte mal. Warte mal. Nein, überhaupt nicht, ne? Ne, da hängt er nicht am Ventilator. Nein, überhaupt nicht. Nein. Mh, mh. Guck mal, er sieht so lebendig aus, so freundlich und... Warte mal. Kann man von hier, von hier sieht man doch, glaub ich, bestimmt noch... Oh, ne, ich bin nicht runter. Guck mal. Hier irgendwo muss da auch einer sein. Ja, jetzt wird erstmal mit TK gesprochen. Genau, wir gehen erstmal mit TK, genau, das mit den Kürbissen können wir das ja auch nachher noch machen. Na, wir sehen den nächsten Teil. Je nachdem, wie viel Zeit wir da noch haben. In letzter Zeit drangsaniert ein mieser Typ namens Burkin Kingpin, die Dorfbewohner. Der Name. Die haben so Schiss vor ihm, dass sie sich nicht mehr auf die Straße trauen. Such ihn und verpass ihn ein paar für mich, ja? Kommt mal hier hoch. Ja, machen wir. Übrigens, ne, das Holzbein von TK, das konnte man auch im ersten Teil finden. Das habe ich sogar als Thumbnail verwendet. Guck mal, da drüben. Da. Warte, ich komme mal kurz zu dir hoch, Moment. Da seht ihr schon den nächsten Kürbissen da hinten. Da. 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 Da oben auf dem Steiner. Ups. Ah, ich glaube, ich sehe ihn auch, ja. Da, ja. Ja, ich sehe ihn da auf diesem Baum, aber ich hab... Warte mal. Soll ich mein Glück mal probieren? Ja, mach mal. Versuch mal. Äh, zu unpräzise. Oh, Skelette. Erwischt. Ich hab'n. Ist so gut gemacht. Ist so gut gemacht. Oh, Skelette. Oh, Skelette. Oh mein Gott, mir ist noch nicht mal ein Tanitina DLC. Boah. Boah. Ne, hat war ein Etina. Also, jetzt haben wir zwei, ich glaube, fünf sind sozusagen. Alter Schwede. Macht der ja einen Schaden. Ey, diese Waffen sind einfach nur zum Gott. Gib. Na, wir holen's bist du noch ein paar bessere. Schlimm das, du Skelette. Helft mir, Bruder. Helft mir, Bruder. Danke, danke, danke. Du bist der beste Amigo. Du bist der beste Amigo. Du bist der beste Amigo. Mein Name ist Raul von Stichada. Amiga. Eieieieieie. Das hat richtig Clips mit dem Waffen. Tako. Kann das sein? Tako und Makro. Taku, Tako. Ich hab' ich da irgendwas hupen, was ist da nur los? Das ist faust. äh, ah ne, äh, ja, es kommt nie ne, von mir ist alles gerade also bei dir rennt gerade kein kleines Kind rum und spielt mit dem Feuerwehrauto nein, nein diesmal lässt er mich in Ruhe, diesmal guckt er nicht zu und schießt mit ja, da war er Captain Jack Sparrow, glaube ich, ne? mh, genau ja, jetzt geht er aber als Notarzt jetzt verlangt, ooooh will ich denn nochmal Arzt werden? als Notarzt, ja, er will doch, mal gucken, ne? das ist extrem stressig der Beruf ja, er ist ja noch jung ja, kratschendung, komm, wir schänden aber Gräber ja, ja, cool, wenn er Arzt werden möchte, warum nicht? genau, ja, sie machen kennst du, dass sie steigt mit den Fernsehen? dann tut er mit der Mutter zusammenarbeiten sie arbeitet ja als, äh, Anästhesie-Schwester und er denn als, äh, sehr schön oh, fuck oh, ich hab keine Munition mehr oh, fuck, ich sterbe gleich na, warte kurz, erbst, warte mein Terz, ich komme, ich komme lebe, lebe danke, danke, danke pass auf hinter dir ja, schieß drauf mach ich ja ja, danke oh, die Waffen sind aber echt creepy das ist nicht im positiven Sinne wir müssen hier laden ach ne, wir müssen Grabschöne machen, jawoll genau weißt du, dass ich kacke finde, dass man die nicht kaputt schießen kann ja, Bruder ja, Bruder Vorsicht, der Spiel wird nicht pausiert, wenn du dein Menü erfrohst nein, du warst schon immer mein Liebling ach, ich war schon immer dein Liebling das ist schön zu wissen, ne ja boah, die Waffen sind ja kacke Entschuldigung nimm die, nimm die, nimm die, äh exklusiv, verdienst die ja, hab ich ja gerade Tiga auf Arte, ich komme ne, brauchst nicht ich kann mir schon selber helfen ja, ist gut ja, ist gut nein, ich meine wir haben dich schon verstanden der denkt wir müssen noch irgendwelche Gräber geben, die wir schenden können ja, hier unten Moment, ja, 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 komm, wir kommen Gräber ja also, Leute, mach das nicht, ne was wir hier unten keine Gräber quenchen ihr seid, ihr seid Totengräber in dem Fall dürft ihr das machen oi, jo, und hier kommt keine Kürbisse die Bonbons ausgucken ja, genau ja, genau die gibt's da stimmt, die Bonbons die sind echt cool die sind irgendwie diese goldenen Geschwindigkeit boah tot warte, ich versuche jetzt zu leben warte, warte, warte ich komme hab dich, warte ich muss nachladen warte, ich komme hab dich, hab dich hab dich, hab dich ich lege jetzt immer alles gut, ja, jetzt liegst du selber ich lebe wieder, danke äh, bitte wie kann der sich drehen, ey, der ist so fett tötet es bevor es Eier lebt ah cool, hier ist glaub ich der nächste Kürbis oh jawoll ich hab den nächsten Kürbis oh jetzt brauchen wir nur noch zwei oh nice wo hast du den gefunden? hier oben war der versteckt hab ich nur durch den dummen Zufall gesehen okay das ist schon mal gut warte, Herr äh, Thorsten die würde ich noch, die würde ich noch den Sklatt warte, bleibt nur stehen warte, bleib stehen na, da würde ich den kriege ich den kriege ich den kriege ich Thorsten, du bist da einfach weg der mag du nicht ne, ich bin der liegger die war hilfe ein Bettes warte, mal hier irgendwo weißt du nicht ich dachte du hilfst uns hier beim Bettes stellst du vor er hat ihn auch getriggert äh, echt äh wie er gab's auf Video du rennst da durch und hinter dir spawnen Sklatt und ich so ah, hilf ein Sklatt ne, jetzt bin ich wieder ja ja die Prinzessin ist ja nicht da hier ist auch hier sind auch Träger drüber die gibt's überall irgendwelche Sachen nimm das oh, ich hab über die nächsten blauen gefunden oh, ich hab über die nächsten blauen gefunden oha wir sind verzaubert du liegst gerade am Boden geht's nicht mehr ey, steh auch wieder ne, hier ist ein scheiß äh hier ist ein doper Badass hier ja, oh ja, ich seh'n jetzt, warte, warte ich komme zu euch ich komme zu euch zusammen sind wir stark, ich komme zu euch oh römig mit Stempf und Soße hier das ist hier hier kann sein Eier aber ob die so köstlich bist du ausweilen da kommt der Eierknacker das hat er schon ausgedrückt oh nicht schon wieder ich habe alles weg ich halte kein gegner wieso scheiße ich liege ja ich bin jetzt auch wieder warte ich komme zu dir die gar warte stopp nicht stopp nicht halt durch ein stück sterben sterb los sterben ist blöd warte tiger warte tiger ich komme zu dir ich wollte gerade sagen lebe das sind immer mehr ich werde von drei bänden verfolgt ja ich werde auch verfolgt ich habe auch gerade ein bisschen zu tun ist die armee der finsternis die laufen wir sehen aus ihm ist der teil 3d 2 doch 3 armee der finsternis der dölfe der 3 ich sehe überall wandelnde knochen ich sehe tot ist leicht ich glaube ich werde gleich zu kraft zahl und zähle einfach noch ein 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 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 6 5 5 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 5 5 5 6 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5 6 5 6 5 5 6 5 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 und dann ist aber weg aber hinterlassen einfach nichts ja cool wäre ja wenn sie was legendäres mal fallen lassen würden oder wenigstens mal was wir dann ist gleich die gegner auch den spiel und das schmied hat ja bei meinen durchlauf das erste mal eine waffe getroppt die ich noch nie zuvor von den typen bekommen habe auch nicht von dem anderen durchläufen und zwar ist dass diese eine maliwann waffe die manchmal bei den zeiten sieht diese komische blau und geht heute glaube ich gewesen ok und noch mal den ganzen weg zurück wie du bist schon wieder gut einfach noch zu den zweiten kürbis suchen der da hinten an dieser kaputten gut ist und da bist du die labern schürzt gucken wir uns ein paar gebilder an das hier ist echte kunst guck mal hier die augen der folgen ein weiß aber schon dass wir noch ein gegner ist ja hier vorne müsste die sein bei uns hier hinten irgendwo in der ecke war auch einer die 34 bälle sind augen sehr interessant gruselig ich brenne für dich ich bräne für dich oder chica einfacher tüten kann er hat schon wieder ging hat getriggert das ist ja cool chico mal der eine hier ist sogar grün super grün der lässt sogar eine korrosions er hat was fein gelassen acht bonbons lecker noch ein bonbon ja jetzt das ist aber es ist nur weiße waffen die kann man nicht brauchen hier doch gleich hat was für dich moment moment ich komme mal zurück sie bringt ja ich komme zurück moment irgendwo muss wirklich ist schausschützen wer meinst du ja mal gucken moment nehme ich gerne cool danke jetzt wissen ich habe noch gar nichts gekriegt hier habe ich habe noch gar nichts gekriegt nicht mal einen neuen skin ich habe noch gar nichts gekriegt nicht mal einen neuen skin ey oh dann ein blaues bäuchen was was ne blaue beule ne blaues bonbon so waffen neu angelegt so noch so komisch scheiß ich hätte gerne eine schalte die zeigte die kreise ich liege am boden warte warum machst du sowas ich stehe wie der chico chico ist die spanische und bedeutet junge chica ist die mädel ich dachte dass wir umgekehrt nein chico junge chica mädel jetzt kommt hier diese komische der schmied genau hier ist ein kürbis glaube ich kaputt also ich komme nicht ran die spinnweben sind weg die kürbis sind weiter oben kaputt so aber doch die kürbis ich glaube die habe ich sogar bei meiner aufnahme alle kaputt gemacht ok glaube ich glaube ich aber doch ich kann ich kann mich nicht abzielen die schlüssel zu schmieden brauchst du den schmiede hammer tja wo könnte der sein der riech beim schmied ich weiß wie der ist der typ der haut auch beim schmiede jetzt kommt der zentauer glaub ich ne das war ein zentauer das unort jetzt kommt der hase blüht der will uns einen hammer zeigt das doch nicht nur doch lieber hier warum schluck meine laketenwerfer unter meine kratten ich glaube der will nicht sterben wo ist er hin wo ist er hin da ist er nicht du solltest besser hoffen dass ich nicht zurückkomme ich könnte den Begriff erfunden haben nimm das medic ich bin auch Hilfe na danke der erscheint betäubt zu sein immer drauf halten drauf auf die äuble noch ist noch kaputt das gesprächs ja der lässt ja auch nie das gesprächs ne diesmal hat er dir ist und gehen nicht getroppt ok und jetzt schmiede dir aus den knochen einen schlüssel für das trocken ja wir spielen skyrim die schmiede schmiede nur bitte eine orc rüstung ok mach ich aah 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 du hast doch gesoffen oder hast vorheim nicht eingerauft wo du den Schlüssel hast, kannst du keine Kiste suchen als Schlüsseldruck Oh, hier müsste gleich noch eine Kiste kommen, da ist manchmal auch was Legendäres drin Oh ja, kein Grund Aber das traubt auch, ich glaub einen oder, ne diesmal nicht, schade Ne, diesmal nicht Oh, ich seh nix Oh, warte mal, Schausschützengewehr, Mensch, ich kann ein bisschen snipern, so Ja, Slack-Ding, Slack, das bringt nichts Ne Ach, Gift, das ist doch mein Säure-Dings nicht Jetzt tot So, warte mal Warte mal War ich nicht, hier sind Drogenkobold, warte, da ist er, stirb Ja Jawohl, wer gesagt Warte mal Das der Kürbis Nein, doch nicht Das der Kürbis Na doch nicht Nein, ne, der ist auch nicht Oh Schon wieder Skelettis Tigard, du bist zu weit vorgerannt, fahrs doch mal Ja Warte doch Oh, jetzt kann ich auch Deckung geben, so Davon kriegen wir aber nix mit Nein Borderlands ist halt so ein Spiel, wo ich halt Eine Batellohunde, zwei Batellohunde Genau hier ist das mit dem Keller, hier ist das mit dem Fernseher Ja, warte Ja, warte Erbs, warte, warte Ach, da, hier bei euch, glaube ich, ist nicht drin gewesen Genau, Doktor muss runter, weil er hat die Aufnahme und ich glaube, da Ich gucke mir das mal an Warte, ich komme auch mit dem Keller Dann musst du hier an die Seite gucken, schräg Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, hier, wie bei Scalemovie, vielleicht wenn die aus dem Brunnen kam, wa? Ja Und das war's Mehr passiert doch auch nicht Schade Ich dachte, hier passiert noch irgendwas Was? Ja, hatte ich auch beim ersten Mal gedacht Der ist mit Tom Marcus und so Da drüben muss irgendwo ein Körpers sein Ja, wir gucken ja schon, extra für dich Man kommt auch nicht ins Zimmer rein, oder? Ich versuche gerade hier durch zu kriechen, aber klappt nicht, naja Nee, irgendwie funktioniert das nicht Oh, hallo So, ich bin wieder hier In meinem Revier, war nie wirklich weg Mich bloß versteckt Diese Katze beim Mond, das hindert mich an irgendetwas Ist das hier nicht, ähm Ach, die war, sag mal schnell Oh, die war auf der Zunge Was denn? Ich bin nicht gerade, war das nicht bei Simsala Bim Sabrina Außer gewesen? So eine Katze mit dem Mond irgendwie Ja, Simsala Sabrina Hier ist eine Waffenkiste Hier ist eine Sniper für Warte, ich guck mal Guck mal Das ist eine Ist eine Neutrale, okay Die Neutrale, die kann sehr gut weiterhelfen Warte kurz, rüste ich mal aus Ich wechsle mal eben schnell zu meinem Money-Bahn-Ding Oh, ey Aber safe muss da drüben so ein scheiß Oh, Entschuldigung Na, na, na Da drüben müsste aber irgendwo eigentlich ein Körpers sein Da drüben Ich hab Schausschützengewehr, ich guck mal rüber Ne, oder war das nicht da unten, unten bei der Hütte, da bei der Lava, war das nicht vielleicht irgendwo Ich guck gerade Upsi Ich bin zu Ich bin ein bisschen zu niedrig gesprungen Du bist aber hoffentlich nicht in die Lava gesprungen Doch, klar Was? Nein Schade Ich doch nicht Oh, Mann, bist du dick, ey Ganz herger Kommst nicht mal durch dies Dieses Klett hat Nancy Jack-Maske auf Echt? Jep Ich seh euch Oh no Ui Oh Was macht ihr da die ganze Zeit? Ich hab gesagt, jetzt fall ich hier gleich runter Geh mal weiter Geh mal weiter Wir öffnen das Tor Wart auf mich Gut, wir warten auf dich Eigentlich hätte ich dann kommen müssen Einer muss in der Granate reinschmeißen Ich hab noch ein Schild Was ich da reinschmeißen kann Nein Du musst eine Granate reinschmeißen Die du nicht brauchst Okay, warte Ich hab eine Warte Zu spät Ja, ich hab da einen Moment Du musst Was passen? Jetzt Ja, so Jetzt mal wenn du ein Schild hast Schmeiß den Schild Warte Ne, ich hab leider kein Schild Ja, ich hab eins Guck dir mal Ich schild hab ich nicht Eins Mal gucken, was passiert jetzt Oh Jetzt müsste eigentlich hier Jawoll Die Kiss Hallöchen Rackenwerfer Slaggy 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 Ich brauch den nicht Ich auch nicht Ich bin auch ganz zufrieden Dann nehm ich ihn mit und verkauf ihn Ich hab auch eh keinen Verkaufsautomaten mehr gesehen Ich hab mal was gewusst Ich hab mal was gewusst Oh, guck mal da Ich hab keine Ahnung wo der ist Ah, der muss doch irgendwo sind Ja, der ist auch irgendwo Wir können schon mal auf den Weg zum Tor machen Ja Ich hab den Rübert die ganzen Untoten Wir rennen einfach vor ihnen weg Wie ein paar feige Hühner Boot, 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 boot So ein großer Feuer bei Jungen So ein Feuer bei Junge Darf ich das Schloss öffnen? Warte, wir erst mal alle zusammen da sind Ja, ich warte So Oh ihr Boah, Taschengeld Uh, hi Wir tanzen Wo seid ihr denn? beim tor und da unten ja ja ich komme ja ich glaube da müsste der letzte kub du hast wir müssen abgang gewesen da gibt es noch nicht mehr was kommt du jetzt her so habe gerade noch ein kürbis kaputt gehauen er hat mich so angelächelt da dachte ich mir ich schlage mal noch eine weitere zahl und er eine brüche in die plüte hat ja die richtung verlassen so was an ihm bonbon da hier zum richtigen verkaufsautomaten gleich mal ja hier müsste der letzte sein da müssen wir jetzt alle haben zurückgehen wir können ja vorher noch den großen boss gegen hier besiegen oder wir machen das vor okay wir machen vorher hier das was mit freigeschaltet haben und dann was geht noch wollte ich sagen jetzt glaube ich sinnvoller das ist aber richtig krebs die ganzen Teile zu tun er nun wartet doch auch nicht der Klinik und ein paar die ja ich habe dass wir eigentlich schon Geschwindigkeitsbombomber gehen dauernd wurde abkult ich liege eine nachvolle ich sehe ein Schnurrbord das halber und auch wieder die hinter dir ach da jetzt ich so der geht da rein anstatt mal draußen zu waren ja mädchen ich weiß dass ich ein junger bin zwei snipers drin doch so nix für mich so schau mal rein wir haben hier noch mehr schausschützengewehre ich bin der priester jetzt ein messer haben hier oben als messerwerfer dreht da bräuchtest du jetzt in psycho mit danach zu schmeißen jetzt ja jetzt gehen wir zu den typen lasst doch die leute da leute sein nein ich wollte noch den jetzt benehmen wir uns wie echte bette es ist so machen jetzt wird's lustig jetzt kommen erst die fliegenden stecks ich glaube die grünen mussten munition welche waren welche farbe war denn hier die grünen das gab ja verschiedene bomben irgendeine farbe hat ja auch die waren die grünen wie mit der heilung ja ich weiß nicht ganz genau und da ich hab's das gelände vor Ort der grünen und das ist ein kürbisse musste wirklich von ihm er hat so ist das richtig war da kannst du eigentlich deine feuerwerksgranaten benutzen die habe ich gerade weggeworfen ich habe die auch nicht mehr ich habe die auch nicht mehr ich hab's noch wir machen aber richtig guten damage an den ja aber nicht im geschlossenen räumen zünden so dort jetzt bin ich aber runtergefallen und muss erst mal gucken wie ich so gemacht hier ich gehe mal die anderen in letzter Zeit mal gesehen nein stürbt nicht lass es raus es ist wichtig die mit dem Stoffen hallo bleibt immer hier Junge Diger warte ich bin ich habe ich bin hier ich bin hier ich hab dich du sagst von ihnen mein Gott ja wir sind oben an den Turm und machen grad die Steck ja ich glaube ich keiner sagt was wir haben gesagt ich habe gesagt nein stirbt nicht lass es raus was ist das denn gefunden hat jemand nach der ganze ich habe die schauschützendeckung moment ich sehe nicht so wir können zurück jetzt können wir zu unserem freund gegenpinnen ok rennen wir dorthin einfach die typen hier ich bin da ich bin auch da ich habe mal gerade die ganzen bombe um sich gefüttert hat er ist aber nicht gut für die zähne hier ist ein bad ass ach komm weil es gerade so spaßig ist wo man gleich noch pumpen du bitte hallo pumpen 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 oder gleich kommt da hinter dir raus ich schieße zwei endlich ich spiele aber heute noch die story nachher wir machen nach ruhig ich muss das leben mit woche arbeiten ich habe untergrund dieser ich dachte ich habe an tanken ich glaube der kommt gleich erst ich glaube wir müssen erstmal hier die hütten skelette weg machen und es sind auch alle spieler erfordert ich glaube okay wir geht alle zum ventil als mit hierhin hallo jetzt noch herbst dann kann es weitergehen ich bin mir ja schon wo es reden am rad schießt man nicht ich glaube jetzt meine feierwerksgranaten gleich als der oh 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 hier ist er böser aus was du fahren bisschen ja ein bisschen schaden gemacht meine kanaten machen gut denn jetzt wieso bist du arsch denn hier entschuldigung blöd man auf mich immer die ganze zeit ja ich bin auch so mehr herbst ich kommste ich habe gerade keine mission machen wenn hier jemand beinahe stirbt dann eh ja heizen nein ich wurde weggeschleudert hilfe warte ich gehe ich mach weiter damit ich sehe das große daco im riemel danke ja bitte willkommen zu dir oh ein bonbon ich wollte euch heilen aber dann habe ich den bonbon auf boden gesehen dann dachte ich mir auch oh der liegt was süßes oh der liegt was süßes stil im abschauen ich zeige dir meine politik oh nein so jetzt kommt der kopf jetzt muss man den kopf töten aber das ist auch sehr gut wobei ist es ist komfort komfort kokain wunderschönen wunderschönen wenn ich einer haben will Neue durch den Granaten-Mod von Hyperion Gönn die und danke Raketenwerfer schaden plus 17 Prozent ja ne durch ich habe auch eine gute Raketen Werfeld er hatte gute Gehäufe in der Gegend die ja ich so gut und ich sehe gerade eine Schild eine blaue Schild möchte jemand die blauen Schilder bin Otenblausch wo da hier ein Blaues Schild Turtlescheid Gönn euch ich bin mit meiner Gesundheit zufrieden die bleibt so wie sie ist was geht jetzt gehen wir zurück abgeben richtig und dann gibt es glaube ich noch eine andere Mission die wir noch entledigen können ja ich glaube süßes oder saures wo wir halt Süßigkeiten sammeln müssen aus Tüten die verstorbene Kinder da gelassen haben stimmt irgendwas war da genau wir wollen ja nicht von dir anfangen war war was ich habe nichts gehört hinter dir hinter dir ich bin kugelsicher ich bin kugelsicher ich bin mit meiner ich bin mit der Hörner der Hörner der Horner ist auch gleich süß wie geil ist das denn was habt ihr denn wie ein dicker ey weißt du ich sag schon nix mehr gegen dicke jetzt fängt er auch noch an hier oder über diese dicker wir reden grad über wie ist es wie dicker also wie kumpel weißt du digger so müssen jetzt hören stückchen sammeln ich glaube das reicht auszunehmen die pathologie wenn wir auf arbeit gehen alles gut ja schon dann lasst uns da so wartet doch ich muss meine ich habe ich habe alle gefahren was der kanad nach mir ach so das ist ein skletter ich habe schon gefragt er auf die kanad das kletterte psychomaske auf ich bin auf dem weg aber irgendwie hänge ich hier die ganze zeit fast so jetzt ich komme gerade nicht durch sind zu viele die ach ja jetzt kommen er steht jetzt süßes oder saures habt ihr euch alle auch anständig verkleidet ja ich gehe als dicken salvertor er hat nur zu viele und zu schwere knochen ja er hat er geht er geht der ist ganz schön hart er hat er geht der ist ganz schön hart Ein Rakete hat ihn getroffen und der ist One-Hit. Oh, da kommt noch ein Verzauberter. Ich hab die Götze. Ich hab die Götze, die Götze, die Götze. Mama schreibt, Mama schreibt, Mama schreibt, hier hat die Götze. Ich glaube für das Ding müssen wir nochmal eine komplette Runde gehen. Ich glaube einfach nicht stehen bleiben, einfach laufen. Genau. Ihr könnt eigentlich auch die anderen holen gehen und ich geh den da hinten holen. Achso, da ist der oben oben. Genau, teilen wir uns auf, teilen wir uns auf, gute Idee. Wie komm ich denn da hoch? Jetzt muss ich erst mal gucken, wie ich da hochkomme. Ach da muss ich lang. Da fängt schon dann zu keuchen. Ich glaube aufteilen brauchen wir uns gar nicht. Weil der eine, da komm ich gar nicht hin. Oh, was bist du für ein bescheuertes Galle. Also ehrlich, das kannst du auch nicht angehen. Ich bin aber stinkig. Kann ja wohl nicht angehen. Nein, stopp nicht, lass es raus. Aber die lassen mich nicht. Töte das. Also auf Toilette gehen dürftest du nicht, wenn du... Kacken, ne, so, so. Und du hast solche Skelette da. Ne. Die wollte ich daran hindern. Ey, das eine liegt unten. Alter, das ist doch nicht wahr, oder? Wie geht's da jetzt ernsthaft unten am Haus? Ja, da und bei der Lava. Ui, nein! Hast du den Ring in den Vulkan geworfen? Ich hab's. Gut gemacht. Ja, da oben komm ich nicht hin, da müsst ihr mit hin. Ja, der kommt vielleicht nicht rum um das Ding da oben. Warte! Weil ich hab hier gerade keine Ruhe, weil ich werd hier grad... Ihr habt hier gerade Skelette getriggert und ich muss hier die ganze Zeit... Hier. Genau, und da ist noch ein Skelette mit der Handsome Jack Maske. Guck es dir genau an. Wo ist denn das? Es hängt ja bei diesen einen Fighter. Ahja. Ey, jetzt ist er hier bei mir. Der hängt gerade? Ey, sag mal, wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Ey, das ist doch nicht wahr. Da, dieses Skelette meine ich. Das hat eine Handsome Jack Maske auf. Handsome Jack, bist du es? Vielleicht. Er ist bei Süßigkeiten sammeln gestorben. Immer der kleine Wollmop-Stone. Nicht, weil Lilith ihn getötet hat, nein. Sondern, weil er einfach beim Süßigkeiten sammeln irgendwo hingeblieben ist. So. Und ist hier zurück. Zwei Stück fehlen uns doch. Ich bin mal. Was waren denn die Bonbons drin? Ach so, du hast einen ganz säker Mutes an. Darum bist du schnell. Nee. Ich bin kleiner Rennflitzer, Junge. Gleich rennt er nackig durch die Gegend. Oh, das war ja mal nett. Schmeiß bitte n' Hammer auf mich und tust mich mal eben packen. Hinterdicht schubsen. Oh, nicht schlecht. Oh, Munition. Oh, Munition. Ich brauche Munition. Muni, 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 Muni. Muni, 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 Muni. Ich stelle keine Fragen. füße so das auge verpasst euch von meinem gründstück jetzt kann ich ja wohl nicht sagen falle ich in die lava wie komme ich denn da ran gut gemacht ich wurde geschubst nein so jetzt komme ich wieder sollte auch nicht so lange gehen in der tat aber ich wollte dich dabei filmen das einsammelst ich bin der plüner ich bin der kameramann das war herbst mal das video das video ganz berühmtes youtube wieder sitzen drei jungs auf der couch und dann sagt er eine ja ich bitte harald und ich habe den kanal aufgemacht dann sagt er ein ich bin der lukas und ich bin der kanal ebenfalls und dann ist er noch ein junger und er sagt dann ich bin der blöde und ich bin der kameramann und er ist ja vor der kamera ach so stimmt wir mussten da hoch klettern ja ich tue so hier das machst du gut aus medizinischer sicht kann ich sagen dass im blut baden äußeres gesund ist ja einmal im monat im blut von leuten die ich nicht leiden kann das sind aber ganz die menschen viele also von alten mumis ich habe gerade ein bisschen düster zu klingen und auf einmal man soll hier einmal netz zu den alten und ältere menschen sein aber manchmal wie die uns behandeln ja in der tat das ist nicht nett ich habe nichts gemacht oder klons wie meine eltern einfach mal so was mein vater eine hand hat einmal die sachen muss sagen beim medizin hat das lange stetschnitte kasse und dann ach ja das habe ich vollkommen vergessen gibt nachher du kannst noch mal laufen das norm sich geklaut hier gibt es noch irgendwie ein ist was jemand wer zeigen möchte hier wüsste ich jetzt kurz schön oder das mit dem fernseher die fernseher kann ich eigentlich hier muss man hier müsst ihr noch eine wappenkiste sein irgendwo wenn mich das jetzt nicht täuscht okay ich warte jetzt auf euch ich habe jetzt keine kiste gefunden ne dachte ich dass hier eine wäre aber wir können ja ach da hinten ist der ja der ist schon extra tk aber ich möchte gerne auch mit so tk und seine freudigen augen sehen wenn er dann diese süßigkeiten entgegen nimmt erforscht bin ich bei tk ich bin hier bei dem automaten automaten oder ist wieder so ein bett ist ja dann kostet es später im bett es tut ich lasse mich jetzt nicht das ist raus wir kommen gleich noch und da kommt gleich noch flieger renner stört der süßigkeiten freaks und ich liege ich lebe ich sterbe ich sterbe tiger wir weiter wir müssen doch zu spät er hat immer gesagt zu spät doch zu spät ja was ist das denn der hier läuft ein skelett beim sportpunkt rum das ist aber uns hier vor ist das gehirn aber richtig gern los es gibt niemanden den ich das gibt es doch nicht ich finde alle köstlich es aber werden hier die ganzen bad asses gegen gespott ich weiß von nichts ich bin einfach nur gerannt das kann ja wohl nicht angehen so leute euer fazit über dieses dlc als salvador könnt ihr es weiterempfehlen als salvador dieses dlc zu spielen oder er nicht so ja doch das ist schon doch ist in ordnung also ich finde es in ordnung ich glaube ich finde als ganz der gab mir vielleicht ein bisschen so die falsche klasse gewählt also wenn man die passenden waffen dazu ist es ist es besser aber wenn du so angegeben ja wenn du solche gammelware okay muss man nicht erst bleiben gammelware während weiße waffen werden der grüne waffen gehabt und eine blaue da bin ich hallo irgendwo ein skelett was macht ihr bei den hier so erledigt ja was ist mit mir war drei tigereich stoppt nicht ach so nein 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 er stirbt grad in meinen armen daheim ja das monster hinten er wird dem klischee gerechtfertigt die patienten sterben in den arm ja jetzt muss ich jetzt mal hier mein grund kann ich sagen machen so ja ich denke mal die offener wenden ich hoffe euch hat das video ein bisschen gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder was auch immer wir einstellen werden bis dahin sagen passt auf euch auf ciao denn da sor truck okay zwei ja es sie